Genau so findet man die guten Trades. Ja und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Trading Dusche, wo ich dir in diesem Video erklären möchte, wie du wirklich nur die Trades findest, wo du einen großen Vorteil auf deiner Seite hast, wo du nicht gegen den Markt tradest, wo du nicht gegen die großen Player tradest und wo deine Chance auf große, lange Kursgewinne deutlich größer ist als dein Risiko, dass dein Trade in den Stop Loss läuft. Das Ganze werde ich hier für Anfänger Schritt für Schritt und nachvollziehbar erklären. Als allererstes gibt es aber einmal die Risikowarnung und dann geht es los. Ja das ist sicherlich einer der größten Probleme, vor dem natürlich auch insbesondere die Anfänger stehen, aber auch Leute, die schon etwas länger dabei sind. Und zwar man setzt sich abends oder auch tagsüber, je nachdem wie es deinem Beruf zulässt, an den Rechner, guckt auf den Chart und sieht, okay wir sind jetzt gerade hier, irgendwie blöd, dass ich hier unten nicht eingestiegen bin, hätte ich bloß gewusst, dass hier unten der Kurs mit seiner Niederbewegung, also mit seiner Downbewegung, wie man sagt, zum Stillstand kommt und dann wieder auf steigende Kurse geht. Und hinterher ist man immer schlauer und es muss doch irgendwelche Möglichkeiten geben, wie man jetzt und heute Hilfen bekommt, wie der Kurs sich ab diesem Level entwickeln könnte. Ja und die gibt es auch und genau die werde ich dir auch zeigen. Wichtig ist, dass du dich diszipliniert an diese Regeln hältst, weil die schönsten und die besten Regeln, die ich dir jetzt hier aus meiner langjährigen Erfahrung mitteile, die bringen gar nichts, wenn du nicht diszipliniert genug bist, dich immer und ausnahmslos an diese Regeln zu halten. Weil die Disziplin, das ist der Leim, der den ganzen Regelladen, sag ich mal so, das ganze Regelwerk zusammenhält und du musst dich immer wieder zwingen, diszipliniert zu sein. Denn wirst du auch sehr schöne Chancen im Chart finden, wie wir jetzt hier gleich zeigen werden. Was du auch absolut verinnerlichen musst, ist, dass die Chartanalyse dein Handwerkszeug ist. Egal welchen anderen Beruf du dir anguckst, du musst entweder dafür studiert haben oder du musst eine Ausbildung gemacht haben oder wenn es ein Beruf ist, wo das beides nicht geführt ist, dann wirst du trotzdem mit den Regeln, mit den Maschinen, mit den Produktionsabläufen oder was es dort in diesem Beruf auch gibt, erst einmal vertraut gemacht und musst sie lernen. Genauso ist es im Trading auch und es gibt zwei ganz wichtige Säulen im Trading. Die erste Säule ist die Chartanalyse. Da geht es darum, dass du weißt, wie lese ich so einen Chart, warum gibt es im Chart immer wieder Level, wo der Markt, wie zum Beispiel hier, Unterstützung erfährt. Ja, hier sehen wir es sehr schön. Wenn wir mal ganz kurz hier aus dem Redefluss rausgehen. So, hier sehen wir sehr schön, dass es hier in der Vergangenheit Unterstützung gab, dass es hier Unterstützung gab, dass es aber auch Widerstände gab. Und wenn ich weiter zurückgehe, dann werden wir bestimmt auch in der Vergangenheit immer wieder Situationen sehen, wo diese Linie sehr markant ist. Wir kommen da auch gleich noch zu. Das heißt, wenn du für dich wirklich die guten Trades finden willst, dann musst du dein Handwerkzeug beherrschen, nämlich die Chartanalyse. Und das, gebe ich zu, ist für Anfänger nicht besonders leicht. Aber ich werde sie jetzt so ein bisschen hier entzaubern, die Chartanalyse, und werde dir zeigen, wie du vorgehen solltest. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch ganz kurz noch einmal den Fokus auf unsere Trading-Ausbildung lenken. Und jetzt denkst du, ach Gott, jetzt kommen wir bitte nicht damit. Jetzt will mir hier wieder irgendeiner was verkaufen. Ich kenne das. Ich gucke auch andere YouTube-Videos. Bei uns ist es etwas anders. Wir verkaufen nichts. Wir sind Trader und keine Verkäufer. Bei uns gibt es keine Preise. Und diese Trading-Ausbildung, die wir erstellt haben, die ist sehr umfangreich. Die ist vor allen Dingen auch ganzheitlich. Ich hatte eben von zwei Säulen gesprochen. Bisher haben wir nur eine Säule hier angesprochen, die Chartanalyse. Und die zweite Säule sind die wirtschaftlichen Zusammenhänge, weil die Börse ist das Spiegelbild der Wirtschaft. Wenn du verstehen willst, wie der Kurs sich ab diesem Punkt heute verhalten könnte, musst du natürlich wissen, welche Impulse kommen denn aus der Wirtschaft, Wirtschaftspolitik von den Notenbanken. Das heißt, man muss das Trading ganzheitlich sehen. Und darum geht es auch in unserer Trading-Ausbildung. Dort sehen wir das Trading ganzheitlich und haben deswegen 260 Ausbildungsvideos dort reingepackt. Und du bekommst sie kostenlos. Bei uns auf der Seite tradingdusche.de. Schau da gerne mal vorbei. Okay, geht es jetzt schon weiter hier mit unserem heutigen Thema. Das heißt, die Chartanalyse ist ganz, ganz essentiell, damit du die wirklich wichtigen Positionen im Markt findest, die guten Trades im Markt findest. Und ich werde dir jetzt einfach mal in so einem kleinen Crashkurs hier zeigen, wie du vorgehen solltest. Das Wichtigste ist, dass du weißt, dass je höher die Zeiteinheit, in der du bist, desto höherwertiger sind die Signale, die wir hier im Chart auch angezeigt bekommen. Jede der Zeiteinheiten zeigt immer die Historie aus der Times-and-Sales-Liste. Je höher die Zeiteinheit ist, desto mehr Kurshistorie in die Vergangenheit zurück, zum Beispiel hier bis in den Januar 2018. Und wenn ich noch weiter rauszoome, dann sogar bis ins Jahr 2016, desto mehr Kurshistorie wird mir angezeigt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, was interessiert mich das Jahr 2018, 2016? Oder wann du dir dieses Video in drei Jahren anguckst? Was interessiert mich das noch? Egal, wann du dir dieses Video anguckst, du wirst immer etwas lernen, weil die Chartanalyse ist universell und die Regeln gelten immer. Und die Chartanalyse blickt auch immer in die Vergangenheit. Du wirst sehen, dass es immer wieder, auch wenn du dir dieses Video in drei Jahren anguckst, Punkte im Chart gibt, wo in der Vergangenheit die Musik gespielt hat, wo große Player Long oder Short gegangen sind, wo der Markt gedreht ist, wo große Trends entstanden sind. Und das hat immer noch Relevanz für heute. So, das heißt, als allererstes, lass die Finger von den kleineren Zeiteinheiten. Die Signale, die du hier bekommst, sind nicht so hochwertig. Wirklich, auch für Berufstätige geht in die größeren Zeiteinheiten. Auch in unserer Ausbildung gibt es dafür ein extra Ausbildungspaket, speziell für Berufstätige, wo wir das auch nochmal alles, auch mit Strategien erklären, warum Berufstätige im D1 trainen sollten und welche Strategien es da gut gibt. Also, Zeiteinheit D1. Dann, was wir als erstes machen, und dafür braucht man so ein bisschen geschultes Auge, aber das bringen wir dir ja in der Ausbildung bei. Ich werde es jetzt hier kurz mal machen. Wir gucken als allererstes mal, in dem, was wir jetzt hier sehen, gab es da markante Punkte, wo man jetzt schon auf einem Blick eigentlich sieht, okay, hier hat der Chart zum Beispiel hier Unterstützung erhalten, oder er ist immer mal wieder hier in gewisse Zonen hingelaufen, wo es dann einfach nicht weiterging, bis er sie dann überwunden hat. Dazu nehmen wir uns hier das Chartwerkzeug. Ach so, wer übrigens wissen will, wie man dieses Trainingprogramm perfekt einstellt, um damit vernünftig zu arbeiten, weil das gehört auch zum Handwerkszeug, was ich eben von den Berufen her sagte, dass man das Trainingprogramm beherrscht, einstellen kann, und damit man dafür mit vernünftig arbeiten kann, der findet das auch bei uns in der Ausbildung natürlich. So, also, wir sehen hier zum Beispiel, dass wir hier unten eine deutliche Unterstützung haben. Ich hatte das eben auch schon mal eingezeichnet. Ihr müsst wissen, dass man nicht immer jede Kerze mit reinnehmen kann. Das sind jetzt auch nicht auf dem Pip genau, meine Maus ist gerade ein bisschen hakelig, immer auf dem Pip genau jede Kerze drin. Das ist eine Unterstützungszone, ein Unterstützungsbereich. 11.400, zufälligerweise ist es sehr oft so, auch noch eine psychologische Zahl. Und hier sehen wir, dass der Kurs in der Vergangenheit hier mehrfach wieder Unterstützung erfahren hat und dann abgeprallt ist. Auch hier kommen wir von einer sehr langen, monatelangen Aufwärtsbewegung und zufälligerweise auf dem Pip genau prallen wir hier wieder ab. Wenn man jetzt sieht, dass es hier sehr stark schwankt, wie auch in diesem Bereich hier, dann hat das immer was mit Störfeuern aus der Wirtschaft zu tun. Deswegen ist die zweite Säule auch so entscheidend. Die Chartanalyse alleine kann einem eine grobe Grundrichtung geben und dann muss man wissen, okay, was liegt denn in der nächsten Zeit auch zum Beispiel notenbankmäßig, konjunkturdatenmäßig an. Das ist auch deswegen ein großer Bereich bei uns in der Ausbildung. Es tut mir auch leid, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz in der Vergangenheit, das hatte ich auch schon gesagt, hier haben wir auch uns lange Zeit rangekämpft, dann überwunden und lange Zeit dann auch nicht mehr interessiert, nicht mehr gesehen. Irgendwann erinnert sich der Kurs wieder, ah, da war doch was. Oder auch hier sehr schön zu sehen, ja, hier, im Jahre 2015 sind wir jetzt schon. Also ihr seht, dass in der Vergangenheit dort immer die Musik gespielt hat. Was ich jetzt sagen wollte, es tut mir leid, dass ich immer auf die Ausbildung verweise, aber wir können natürlich in so ein Video hier nicht alles reinpacken, was in der Ausbildung drin ist. Dafür hat die 260 Videos und deswegen bei einigen Sachen muss ich es nochmal ansprechen. So, das ist das Erste. Die Erste, wir brauchen aber noch eine Obere, brauchen wir ja auch noch und die finden wir, man sieht es auch hier schon sehr markant in dem Bereich, ja. Also es muss natürlich auch so ein bisschen was mit dem heutigen Bezug oder mit dem Bezug zur aktuellen Chart-Situation zu tun haben. Das heißt, wir haben hier unten eine sehr starke Unterstützungslinie, wir sind dann hier hingelaufen an den Widerstand, dann sind wir abgeprallt und dann haben wir hier im DAX eine sehr schöne Aufwärtsbewegung gehabt von, ich sag mal, ungefähr 1500 Pips im DAX. Und jeder fragt sich doch jetzt, Mensch, warum habe ich das nicht erkannt? Warum habe ich nicht erkannt, dass wir hier einen Widerstand haben und dann geht die Reise erstmal runter und irgendwann kommt der Kurs hier zum Stehen und ich bin dann long wieder mit eingestiegen. Wir sehen auch hier sehr schön, dass wir mit langer Kerze hier in diesem Bereich hingelaufen sind. Viele haben hier hingeguckt, wir sehen hier eine kleinere Kerze. Das heißt, hier haben wir erstmal viele geguckt, 12.500, was macht der Markt? Reicht die Kraft, um das hier hochzutreiben? Und wenn es dann darüber geht, dann geht die Reise auch sehr lange mit. So, ein weiteres Hilfsmittel, was wir uns auch noch reinholen und ich mache das auch ganz bewusst in dieser Reihenfolge, dass ich mir erst einmal selber das Chartbild angucke, bevor ich mir jetzt weitere Indikatoren reinhole und die mir das so ein bisschen dann auch vorwegnehmen. Wir holen uns die Moving Average rein, 200-Tage-Periode-Linie und ist ein sehr starker Indikator, der auch von den großen Banken, von den Finanzplayern stark beachtet wird. Wenn ihr aus der Aktienwelt euch ein bisschen auskennt, werdet ihr wissen, die 200-Tage-Linie ist da immer ein sehr starker Indikator. Das hole ich mir rein. So, und dann möchte ich jetzt euch einfach mal beweisen und zeigen, dass das Ganze funktioniert. Wir sehen hier auch schon bei dem Indikator, 200-Tage-Linie, wenn wir über diesem sind und den von oben nach unten anlaufen, bietet auch der uns Unterstützung. Hier auf dem PIP genau. Hier hatten wir eine politische Unsicherheit, aber hier erfahren wir auch in dieser Unterstützungszone hier Unterstützung. Und auch wenn wir in der Vergangenheit gucken, dann sehen wir, wir sind von oben gekommen. Und wenn wir den Markt, also den 200-Tage-Linie-Markt von oben nach unten durchstoßen, dann spricht das für weiter fallende Kurse. Das Gleiche sehen wir hier. Dann sind wir ein paar Mal herangelaufen und dann haben wir nach oben durchstoßen und schon geht die Reise wieder nach Long weiter. Und das könnt ihr im Chart euch sehr oft angucken, dass wir Unterstützung erfahren haben. Ja, der Kurs kommt, prallt hier ab. Ja, dann weiß der Markt, okay, das hält. Also wirklich an mehreren Tagen hier. Die Reise geht weiter hoch. Oder hier auch Unterstützung erfahren und so weiter und so weiter. Ja, hier kommt der Markt die ganze Zeit von oben. Hier hat er es angelaufen, Unterstützung erfahren. Hier hat die Unterstützung nicht gehalten. Krach da runter. Dann sehen wir es hier. Komm von unten, wir laufen ein paar Mal gegen. Es reicht nicht. Irgendwann überwindet man es. Hier war es nur ein Fails-Breakout. Und wenn wir hier wieder runterkrachen, sehen wir auch hier in einer sehr schön langen Kerze. Dann sind wir lange Zeit wieder unten. Wir sind übrigens hier im Jahre 2015. Nur, dass ihr mal seht, okay, was ja von einigen auch immer ganz gerne gesagt wird, Chartanalyse ist tot und Volumentrading ist die neue Super-Wunderwaffe. Wenn ihr das glaubt, dann tobt euch dort gerne aus. Wenn ihr dann euer Geld verloren habt, dann kommt gerne wieder hier zur Trading-Dusche. Wir haben die Erfahrung gemacht, früher oder später wollen sie alle kostenlos duschen. Natürlich muss man dazu auch sagen, dass auch unsere Ausbildung, auch unsere Strategien niemals eine Lizenz sind zum Gelddrucken. Es ist niemals Gewinne versprochen. Es niemals werden Gewinne versprochen, weil die Börse ist einfach keine Einbahnstraße. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und deswegen ist es so grundlegend wichtig, dass du nur die Trades eingehst, wo du einen Vorteil hast. All dies andere rumgespielt in den unteren Zeitanheiten, so unsichere Signale, unsichere Situationen. Lass die Finger davon. Es ist viel wichtiger, hier diesen 1500 Pips Aufwärtstrend erwischt zu haben, weil man es erkannt hat, als hier rumzuspielen und Geld zu verlieren. So, wir haben jetzt hier einen Widerstand eingezeichnet, eine Unterstützung in die Zweite-Tage-Linie. Hier sieht man auch schon sehr schön, dass wir hier nach der Korrektur, wo es dann die Reise raketenartig nach oben geht, auch hier natürlich in der Zweite-Tage-Linie viel Unterstützung bekommen haben. Aber die Frage ist ja immer noch, wie kann ich das erkennen? Wie kann ich das erkennen, wenn ich jetzt hier in dieser heutigen Situation bin? Da ich dir das jetzt hier leider nicht zeigen kann, weil ich kein Glaskugel für die Zukunft habe, tun wir jetzt mal so, als wenn wir heute an diesem Punkt sind. Du kannst dir hier irgendeine Kerze aussuchen, weil die sind alle hier gegengelaufen. Wir sind jetzt an diesem Punkt und wir sehen, okay, wir sind hier oben, haben wir einen Widerstand ausgebildet. Wie geht es ab diesem Punkt jetzt weiter? Wir sind tendenziell eher in einem Aufwärtstrend. Das haben dann nachher auch die Wirtschaftsdaten bestätigt. Aber wir können jetzt hier nicht einfach long gehen, sondern wir wollen eher Kursrücksetzer nutzen, um dann wieder in Trendrichtung einzusteigen. Wir wollen auch, das ist sehr wichtig, wir wollen auch in Trendrichtung gehen. Wir sehen hier, dass wir seit einiger Zeit hier immer mit Rücksetzer, mit Korrekturen, das ist normal für einen Trend, aber eher einen Aufwärtstrend im DAX haben. Man sollte nicht gegen den höheren Trend traden. Das heißt, wir nehmen uns hier die Fibonacci Retracements zur Hilfe. Fibonacci Retracements habe ich im letzten YouTube-Video erklärt. Börsensuperwaffe oder so, wo wir die wirklich erklärt haben, wie man die anwendet, welche Einstellungen es gibt. Sehr ausführlich. Das Video ist gut bei euch angekommen. Guck es dir gerne an und selbstverständlich findest du das Ganze auch bei uns in der Ausbildung. So, ganz kurz. Wir sind jetzt, das hier ist unser heutiger Tag, ja, und wir haben hier eine schöne Aufwärtsbewegung gehabt und meistens ist es so, dass nach, ja, Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen längerer Art erst einmal eine Seitwärtsphase kommt oder eine Korrektur kommt. Wir sehen das hier, Abwärtsbewegung, Seitwärtsphase, bevor es das wieder weitergeht. Hier eine schöne Aufwärtsbewegung, dann hier Korrektur und dann geht es wieder weiter. So, wie hätte man jetzt, wenn wir heute an dieser Situation sind, nach all den Regeln, die ich jetzt hier heute beibringe, wie hätte man erkennen können, dass die Reise hier schön wieder bergauf geht. Als erstes, wenn man hier unten ist, hätte man vielleicht hier wieder einsteigen können. Also wenn man, das ist der heutige Tag, der Markt fällt wieder runter, du wartest, bis der wieder an dem Level ist, übersteigt den Widerstand, hätte man hier auch noch mehrere hundert Pips mitnehmen können. Aber du hast die Pips von hier unten bis da verschenkt. So, das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist hier, 200-Tage-Linie, wenn man sich damit auskennt. Okay, hier unten 200-Tage-Linie, alle gucken drauf, hat in der Vergangenheit sehr oft Widerstand, Unterstützung geboten, haben uns eben angeguckt. Ich steige hier long ein, auf steigende Kurse. Hätte sehr, sehr gut geklappt an dem Moment. Dann gibt es auch eine andere Möglichkeit. Wenn man jetzt an diesem Punkt hier ist, man hat eine sehr schöne Aufwärtsbewegung mitgemacht hier, dann setzt man den Fibonacci hier unten an, wo diese Aufwärtsbewegung begonnen hat, bis zum heutigen Tag. So, wir wissen ja nicht, ja, ich lasse das jetzt einfach mal hier so, zack, wir wissen ja nicht, wie es ab diesem Tag weitergeht. Es hätte hier auch weiter steigen können, weil wir sind ja hier in einer Aufwärtsbewegung, in einem langfristigen Aufwärtstrend. Aber, wenn man jetzt diese Aufwärtsbewegung nicht mitgenommen hat und sagt, okay, wir sind an dem heutigen Tag, hier haben wir jetzt Widerstände, höchstwahrscheinlich wird der Kurs an dem Widerstand nach dieser Aufwärtsbewegung erst einmal, ja, korrigieren. Und ich möchte eine Korrektur nutzen, um dann wieder in den übergeordneten Aufwärtstrend einzusteigen. Und da bildete sich wirklich, man kann sagen, ein Supersignal heraus. Denn wir sehen, die Korrektur kam, das ist übrigens sehr oft so, guckt ihr das Video Fibonacci Retracements an, was ich jetzt hochgeladen habe, das letzte Video. Dort gucken wir uns das an ganz vielen Beispielen auch hier in der Vergangenheit an, nicht nur im DAX, sondern auch im Euro, US-Dollar, weil die Fibos, also Fibonacci Retracements, den gleitenden Durchschnitt, Unterstützung sowieso, Widerstände ja auch, kannst du grundsätzlich in allen Zeitanheiten und in allen Märkten, also Rohstoffe, DAX, Indizes, Währungen und so weiter. Aber nochmal die Erinnerung, je höher die Zeitanheit, desto höher, wer die Gasignal. Also, das ist der heutige Tag. Wir warten auf eine Korrektur, in die wir dann in Trendrichtung auf steigende Kurse einsteigen können. Wir wissen, Moving Average ist da und zufälligerweise ist das stärkste Retracement, was es in der Fibonacci Welt gibt, genau an diesem Punkt. Das 61,8er Retracement liegt zufälligerweise genau an diesem Punkt und wo auch zufälligerweise genau der Moving Average nochmal Unterstützung gab. Das heißt, dieses Signal war wirklich ein Supersignal. Also, da musste man long einsteigen. Man musste. Es ging gar nicht anders. Und dann ging die Reise ja auch relativ zügig in den nächsten Tagen, wie gesagt, jede Kerze hier einen Tag, ging die Reise relativ zügig in Richtung dieser alten Widerstandszone und dort haben wir auch erst einmal ein bisschen Schwäche gezeigt. Man sieht das hier, dass an dem Tag zwar, die auch überlaufen wurde, aber die Kerze hat unterhalb dieses Widerstandes geschlossen. Der nächste Tag eine Kerze, die Unsicherheit signalisiert, nämlich mit einem sehr kleinen Kerzenkörper, aber dann kraftgeschöpft, zufälligerweise kamen dort Impulse aus der Wirtschaft. Deswegen ist die zweite Säule so wichtig, um hier sich zu entscheiden, Tendenz eher weiter nach oben oder wieder am Widerstand abprallen und weiter nach unten. Dann müsste man natürlich hier den Trade mit dem Stop Loss hier oben setzen und dann schließen. Das heißt, hier haben viele geguckt, aber irgendwann hat die Kaufkraft gereicht, dass man wirklich hier einen Trade von 11.800er Bereich FIBO Level Moving Average 200 immer schön den Stop Loss nachziehen. Das heißt, man ist irgendwann schön im Gewinn, auch wenn der Trade dann in den Stop Loss reingeht. Bis, ich sag mal, wenn man das hier oben mal einzeichnet, auf den ersten Blick sieht man schon so um die 11.300, Entschuldigung, 13.300 Punkte wird die Luft dünner. Man wartet auf neue Impulse aus der Wirtschaft, vom Handelskrieg zum Beispiel auch. Wie geht es hier weiter? Das heißt, wenn man hier eingestiegen ist, 11.500 Punkte mal eben im DAX. Nur, indem man auf seine Chance gewartet hat, indem man die Schadanalyse verstanden hat, indem man weiß, wie man gute Signale im Markt und im Kurs findet. 11.500, 1.500 Punkte meine sehr geehrten Damen und Herren, mehr oder weniger ohne Risiko. Wenn man hier eingestiegen ist, hätte man den Stop Loss hier unter das 61.8 Retracement und hier bei Schnittmenge auch unter den 2.0 Moving Average gepackt. Also, sehr, 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 sehr starke Unterstützung in dem Bereich. Und dann hätte man den Stop Loss hier in der Folge immer schön nachgezogen. Je nachdem, wie eng man ihn heransetzt, wäre man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch von vor rausgeflogen. Aber das soll einfach zeigen, wie wichtig die Schadenanalyse ist, wie man die guten Trades findet, warum die guten Trades wirklich dann die Performance ausmachen. Und ich sagte es, ich habe dir jetzt hier die Regeln gezeigt, wie man da vorgehen sollte. Man muss natürlich die Geduld haben, man muss die Geduld haben, die Disziplin haben, weil jede Kerze einen Tag, es gibt dann genug Tage dazwischen, wo man im Monat dann nicht tradet, wo man wartet. Und das ist die Hauptaufgabe eines Traders, zu warten. Zu warten auf seine Chance, zu warten auf den Moment, wo der Markt einem beide Hände hinreicht, mit Geld drin, sag ich mal so, und sagt, hey du Idiot, greif nur noch zu. Ja, du musst nur noch zugreifen, mehr nicht. So, und das war so eine Situation. Definitiv, das war so eine Situation. Der Stop Loss, auch in den größeren Zeiten, Seitenheiten, wir haben immer da größere Stop Loss Abstände. Der Stop Loss konnte hier wirklich eng gesetzt werden. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du Disziplin walten lässt. Und dazu gehört auch Geduld. Trader müssen extrem diszipliniert und extrem geduldige Menschen sein, sonst verlierst du Geld, sonst plättest du höchstwahrscheinlich dein Konto, weil alles andere bringt nichts, in den unteren Zeitanheiten rumzudödeln, irgendwie minderwertige Trades einzugehen. Und das ist das, was so wichtig ist. Erste Säule, Schadanalyse, zweite Säule, wirtschaftliche Zusammenhänge, die Auswirkungen auf die Börse, auf die Kurse, wenn die Notenbank das und das entschließt, wenn die Konjunkturdaten das und das los ist. Die Zusammenhänge auch zwischen dem Ölpreis und zum Beispiel Inflationsrate, Inflationsrate und den Währungen, Währungen und den Indizes, den Aktien, den Notenbankentscheidungen, also das hängt alles miteinander zusammen und das bringen wir euch in unserer kostenlosen Ausbildung in 260 Videos for free bei. Ja, du brauchst nur genau das machen, was bei uns auf der Homepage steht. Dort steht es genau beschrieben, wie es funktioniert. Dort steht unser Konzept beschrieben, die dreifache Win-Win-Situation. Wir kriegen eine Provision, der Broker kriegt einen neuen Kunden, du kriegst eine kostenlose Ausbildung. Wenn du trainen willst, brauchst du sowieso ein Brokerkonto und warum wir mit dem und dem Broker zusammenarbeiten, haben wir auch noch auf der Homepage beschrieben. Also wir gehen da sehr offen, transparent und ehrlich miteinander um und ja, also die Chartanalyse ist mitnichten tot. Sie funktioniert, man weiß, wie es geht und wie gesagt, wir haben oft die Erfahrung gemacht, früher oder später wollen sie alle kostenlos bei uns duschen, aber man muss das Trading wirklich ganzheitlich sehen. Dazu gehört definitiv die Chartanalyse, dazu gehört definitiv die Wirtschaft und die wirtschaftlichen Zusammenhänge, weil all das, was du hier siehst, ist das Spiegelbild der Wirtschaft. Ich kann hier im DAX zurückscrollen und kann dir zu vielen, also wenn wir jetzt hier zurückgucken, kann dir zu vielen Punkten sagen, was da und da in der Wirtschaft los war. Ja? Das ist wie so ein Buch, wie so eine Historie, die geschrieben wird und das ist, deswegen muss man das Trading ganzheitlich sehen, man kann nicht nur eine Sache sich rauspicken. Das ist so, als wenn du auf der Arbeit bist und sagst, ich kann nur mit diesem Programm arbeiten, aber alle anderen arbeiten auf der Arbeit noch mit dem und dem Programm. Du musst, für dein Trading musst du dir alles, was du an Vorteil hast, alles, was du an Vorteil bekommen kannst, musst du dir auch nehmen und musst du auch nutzen. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Und ich hoffe, dass du jetzt für dich selber mitnimmst und gelernt hast, dass du warten musst und dass du weißt, wie du die guten Trades und die guten Chancen erkennst und dass du genau auf diese wartest und nur auf diese und nur dann tradest und die Füße und die Finger still hältst, auch wenn es juckt, auch wenn es kribbelt und auch wenn man Trading geil ist. Ich kenne das, ich kenne das Gefühl, man will, man will, man will und man hat keine Lust, schon wieder zwei Tage zu warten, bis man ein Trade eingehen kann. Das ist aber das, was dich später Geld kostet und was auch höchstwahrscheinlich dein Konto plätten wird. Das heißt, diese Disziplin musst du zwingend, zwingend haben, sonst ist das Trading wohl eher nichts für dich. Viele haben die Disziplin nicht und lernen dann nur über das Portemonnaie. Besser spät als nie, aber wenn du diesen Weg nicht gehen willst, über das Portemonnaie zu lernen, dann nimm dir diese Ratschläge auf jeden Fall zu Herzen. Wichtig ist auch zu sagen, dass all das, was du hier siehst, all diese Hilfsmittel, diese Indikatoren, diese Linien, aber auch unsere Trading-Ausbildung sagt es schon, keine Lizenz zum Gelddrucken ist. Keine Lizenz zum Gelddrucken. Das ist einfach so. Börse ist keine Einbahnstraße, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt Gewinne, es gibt Verluste. Es gibt auch, hätte auch hier kommen können, dass du hier einsteigst und zack kommt hier eine News von der Wirtschaft dazwischen, mit der keiner gerechnet hat und es geht hier richtig runter. Ja, kann auch passieren. Aber, was man auch ehrlicherweise sagen muss ist, weltweit halten sich ganz, ganz viele Trader und auch vor allen Dingen auch die Großen an die höherwertigen Signale, an den Moving Average, auch ans Fibonacci, an hier Unterstützung, Widerstände. Und das ist natürlich auch so ein Stück weit selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn hier, Entschuldigung, wenn hier weltweit ganz viele einsteigen und auf steigende Kurse setzen, dann geht der Kurs hier auch hoch. Und wenn hier weltweit ganz viele ihre Kurse, hier die Long-Bewegung auf steigende Kurse hier aus dem Markt nehmen, weil hier der Stop-Loss auch irgendwo liegt oder sagen, ich nehme jetzt die Gewinne mit, dann passiert das auch. Ja, das heißt, es ist irgendwo ein Spiel, die Regeln habe ich dir jetzt gesagt, spiel das Spiel einfach mit, trade niemals gegen den Markt, gegen den Trend, wir haben hier einen Aufwärtstrend, stell dich niemals gegen diese Herde, lauf diesen Weg mit, guck aber auch mit einem kritischen Auge, hm, wo wird die Luft dünner, ich nehme Gewinne mit oder ich gehe erstmal raus, gehe erstmal in die Seitenlinie und wenn die Herde noch ein Stück weiter galoppiert, ist es oftmals so, dass die spätestens hier merken, hm, Luft wird dünner und dann geht es auch wieder runter. Ja, also immer logischer Menschenverstand, Regeln beachten und geh die Trades ein, die dir einen Vorteil am Markt bringen. Das ist das, was dich langfristig, das ist der einzige Weg, der dich langfristig weiterbringen kann. Die anderen Wege führen meistens in Sackgassen, die dann dein Kapital kosten. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich denke, es ist rübergekommen, was ich damit sagen wollte. Gerne auch in die Kommentare. Deine Meinung, deine Fragen, lass uns da diskutieren. Ich wünsche euch wie immer sehr viel Erfolg beim Traden, danke fürs Zuschauen. Ach ja, und das war übrigens das zweite versprochene Sachvideo, trotz dass ich erkältet bin und krank bin, man hört es sicherlich auch, aber das zweite Sachvideo, ich bin gespannt, wie es dir gefallen hat. Unser Hashtag, ich habe zu Ende geduscht. Viel Erfolg beim Traden, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.